Bei der Entwicklung des Atos Q haben wir viele Merkmale aus unseren automatisierten High-End-Systemen, die in Scanboxen zum Einsatz kommen, übernommen und in ein mobiles, flexibles und verfügbares System transportiert. So sind Optik und Elektronik geschützt. Der Scanner ist für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen vorbereitet. Die Datenerfassung erfolgt sehr, sehr schnell. Wir können in kurzer Zeit Freiformflächen aufnehmen und auswerten. Atos Q kann manuell und halbautomatisiert eingesetzt werden. Außerdem ist der automatisierte Einsatz in der Atos Scanbox 4105 möglich. Eine ganz wesentliche Eigenschaft des Atos Q ist seine Flexibilität. Durch Tausch der Linsen lassen sich unterschiedliche Messfelder realisieren und der Anwendungsbereich entsprechend anpassen. Zum Beispiel mit einem Messfeld von 100 mm lassen sich Spritzgussteile hoch aufgelöst digitalisieren, ein Messfeld von 500 mm wäre für Blechbauteile interessant. Durch Einsatz eines Offline-Fotogrammetriesystems lässt sich der Bereich sogar noch erweitern auf Bauteile bis zu 2 m oder größer. Atos Q ist in zwei Varianten verfügbar. Es gibt die Variante mit 8 Millionen Punkten pro Scan und die zweite Variante mit 12 Millionen Punkten pro Scan. Die GOM Software stellt die komplette Infrastruktur für die Inspektion zur Verfügung. Das fängt an mit dem Import von CAD-Modellen und Messplänen, mit der Zuweisung von Messprinzipien. Teilweise kann dies automatisch passieren, wenn es in den entsprechenden Prüfplänen bereits so kodiert ist. Mit der Auswertung der Inspektionspläne auf den digitalisierten Meshes, mit dem Reporting, mit der Erstellung von Messberichten und so weiter. Atos Q ist komplett in diese Struktur integriert. Alles läuft unter derselben Bedieneroberfläche. Der Kunde braucht nur eine einzige Software erlernen. Je höher der Qualitätsanspruch des Endproduktes ist, desto wichtiger ist es, die Qualität der Komponenten frühzeitig zu bewerten, Probleme zu erkennen und auch abzustellen. Auf diese Weise verhindert man Korrekturschleifen und Nacharbeit. Auch bei der Produktentwicklung kann der Einsatz des Atos Q wertschöpfend sein. So lassen sich Entwicklungszyklen beschleunigen, indem man frühzeitig Werkzeuge, werkzeugfallende Teile und Prototypen bewertet. Entwicklungszyklen lassen sich abkürzen. Der Kunde kommt schneller ins Ziel und bringt sein Produkt schneller an den Markt. GOM bringt mit dem Atos Q ein weiteres Werkzeug, um den Qualitätsprozess des Kunden umfassend zu gestalten und zu kontrollieren. Untertitelung. BR 2018